Ich bin die Lisa, ich bin Physiotherapeutin und Trainerin und habe eine Leidenschaft für das Gewicht-Team. Also Sportarten hatte ich schon viele, schon mehrere durch, aber momentan bin ich sicher beim Gewichtheben, weil es hier einfach so viele Fähigkeiten gibt, die sich vereinen, also von Schnellkraft bis Maximalkraft, starke koordinativen Aspekte, dass das eigentlich momentan mein Haupt-Sportart ist. Momentan ist es das Rocksport Schokoprotein, wechselt aber immer zwischen Vanille und Schoko. Und warum ich das so gerne habe, ist, weil es halt wirklich sehr schnell verfügbar für mich ist. Also eben nach dem Workout, 15 Minuten nachher Shake reiten, fertig, passt. Rocksport heißt für mich eigentlich gute Qualität, das heißt ich brauche nicht nachdenken, ich brauche mir nicht Inhaltsstoffe anschauen, woher kommt das, ich kann das mit ruhigem Gewissen nehmen und einfach gute Qualität, ja. Definitiv im Leben muss man heben, das ist das Lebensmotto Nummer eins, gefolgt von Front Squat for President oder Fit ins hohe Alter. Ja. 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 Spannik. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020